sind wir wieder? i guess? i guess wir sind da, ja? sehr gut. ähm, was sind kurz, ja? herzlich willkommen damit zu einem wunderbaren neuen last year, wir müssen ein bisschen spor weiter, wir haben es, äh, freitag, den 4.3.2022 und wir haben es 18.17 Uhr, meine fresse, alter, meine fresse, ich hab's geschafft heute, ja, ich weiß, ob man das sieht ja, man sieht's nicht wahrscheinlich, aber da war er jetzt wahrscheinlich ne, natürlich muss der green skill escape ein bisschen mehr ja, ähm, ich hab eine rd-schreife eingebaut, hab's geschafft, ja, das war, äh, ein akt, sag ich euch, ja ja, irgendwie sind wir nicht ganz richtig, irgendwie hab ich in die cam bekommen, gemeinbar ähm, so, ich hab, äh, ich hab eine rd-schreife eingebaut, genau, ähm, ich hab, äh, ein bisschen gestruggert dabei und so, ne, aber wir haben es geschafft und es geht, ja, ich hab ganz schön geweint und geflucht, ne, und gebastelt und gefrickert und das ist natürlich ganz perfekt, aber es geht, ich kann jetzt auch, ich sehe jetzt auch was in diesem Raum, ohne, dass ich dieses Streamlicht anmachen muss und die ganze Zeit komplett nicht mehr, wenn ich arbeite und danach so ein bisschen spielen will, dann kam ich einfach auch licht und es ist nicht so fucking dunkel, ja die Idee war ja okay, aber es war einfach so weit weg, dass es einfach so ein bisschen so, naja, so, ich find den Weg zum Klo ohne zu stolpern, langer mal so, ne aber jetzt ist definitiv deutlich sicker, deutlich sicker, ja, 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 ja ähm, ich muss halt nochmal auf Klo, ähm, professionell wie ich bin, ja hätte man mich halt oh man ich guck gerade okay wenn ich jetzt eine Abstimmung starte, kann ich eine Abstimmung starten ja wo sind die Abstimmungen hier da ist er ja genau geht das geht das I don't know glaub nicht, oder glaub nicht, oder ich hab keine Ahnung ich hab No' ich hab' nicht erkannt, ich hab' nicht erkannt, ich hab' nicht erkannt, der zu ich hab' nicht erkannt, ich hab'不是, ein bisschen rum basteln ja, wir kriegen mal was anderes raus, wir wissen jetzt, was das geht das ist gut das ist gut zu wissen ähm, können wir das voting hier beenden genau, 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 du bist echt nochmal auf Klo aber äh ... nää, ne ne, das aber ist nach dem streamen. Ich fahr' nach dem streamen.書 quatro nicht abhalten ontw. nach dem streamen ist übertrieben, ich fahr' halt ein bisschen spielen. Gucken wir mal unsere Kreatur bis weiterbringen, den Spohr, mal gucken, ne, was es da erwarten wird, wie gesagt, wir haben ein bisschen was gemacht, die haben wir nicht so ganz gut dran, die müssen auf jeden Fall uns ein bisschen, den Nachbieter sagen, uns ein bisschen krasser mit Tag machen, oh ne, ne, unsere Skills im Tanzen müssen wir krasser machen, oder müssen wir mal einen Verbündeten mit haben, dann geht's auch, dann können wir uns ja auch betanzen, aber sonst müssen wir da, wie krass, dann steht auf jeden Fall, auf die Reihe, wir haben uns dann wieder verloren. Jahre 3, Alpha, ne, Kumpelstuhl, das ist die hinten, die irgendwo sind, ne? Hört ihr das? Ja, So, weg mit dir, deine Bitch, oh yes, oh yes, ist Dad, pünktlich, wie immer, wie immer, natürlich, cap er doch von mir, ja? Cap er doch von dir, einfach von mir. Können wir ihn noch snacken, hatte ich jetzt direkt noch. Frage ist noch mehr von denen ist die Frage, ja. Hier ist ein Ei noch drin. Ah, das war ein Ei von denen. Ich verstehe. Was ist denn noch ein von euch? Ne, ein Bienen, ne. Bienenvogel. Das brauchen wir auch nicht. Es gibt nicht mehr von denen, alle dead, oder? Hier war ein Tastodoretto. Ich muss sagen, Alter. Ich hatte heute Urlaub. Und es war, Alter. Ne, ein Struggle sag ich dir. Ein Struggle, ey. Meine Fresse, ja. Okay, wollen wir den attacken? Unsere Chance, oder? Yes, Alter. Hier kamen schöne Reihen nach hinten, Alter. Und du auch, ja. Du, Fiat, direkt gespuckt. Yes, direkt ein Dead ist, wie, Alter. Sehr gut. Ja, was ich erzählen? Achso. Ich habe ein ID-Streifen, äh, angeboten gesagt. Äh, hat Gerotter, glaube ich, noch nicht erzählt, ne? Und es ist, Alter, ne? Pain in the ass gewesen. Mein Mate ist tot. Du kleine Bitch, ja? Okay, kill den direkt. So, ne? So, geht's auch. Snacken ein bisschen hier. Bis dahin muss 140 Dta-Punkte haben. Es ist nicht so einfach heute, ne? What the fuck? Warte, what the fuck? Okay, die, die, die muss ich, äh, für mich gewinnen, ja? Okay, jetzt ab. Oh, mit der Ritenschlange ein. Oh, verdammte Kacke, Alter. Achtung, meine Fresse. Okay, er mag tanzen. Aha. Okay, er will singen haben. Yes. Der ist unser Freund. Freut mich. Das ist die Produktrufe 1 beeindruckt. Ach, Kacke, ey. Okay, dann müssen wir die noch beeindrucken. Mit unseren krassen Skates. Hier Sprinten rein drücken. Und dann fangen wir an. Okay. Oh, Tag, wir fangen jetzt hier dritt an, ja? Wir müssen ja auch was entgegenhalten hier, ja? Bezaubern, kriegen wir auch, ne? Fuck, ey, wir losen richtig ab, Alter. Wir posieren, Alter. Hm, Kacke richtig rein da. Kacke. Okay, da haben wir ein Problem, nicht so schlimm. Lassen wir sie einfach da. Die kriegen wir nicht beeindrucken, aber wir haben unsere Kacke. Und dann, und dann, und dann fähig ich ja noch gegen drei Stück, Alter. Wird das doch echt, bisschen schwierig, so. Wo ist jetzt hier noch irgendwo, was Fragezeichen mäßig ist? Da oben auf dem Berg, Alter. Diese Minimap, ne? Ist der letzte Kacke, Alter. Aber wirklich diese Minimap, ey. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Oh, fuck. Oh, fuck. Der kleine Piss, Alter. Kommt her, verbindet der, Alter. Okay, kleine Bitch. Okay. Yo, beruhigt euch. Beruhigt euch, kleinen Ficker, Alter. Geht doch jetzt. Komm mal eine kleine Helfer an, ne? Ja, genau. Der Hurensöhne, Alter. Die kommen ganzheitlich an, ne, Alter. Ist das ein Kacke, Alter? Ist das ein Kacke? Ich habe das coole Erinnerung. Ist das jetzt, ist das jetzt Frozen Escape? Okay, ist abgestürzt. Cool, okay, okay, okay. Halal. Gehen lassen. Ist laut! Vielen Dank. 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 Jetzt habe ich ihn. Er hat 140 DNA Punkte, die würde ich schon wieder haben, ne? So viel können wir dann auch gerade einfach gar nicht kaufen, ist das Problem halt, ne? Hmm. Und unten waren die anderen, oder? Da war das andere von denen. Okay. Oh, Schlag. Oh, bezaubernd. Eigentlich müssten wir noch zwei davon besiegen, ne? Aber ich habe noch einen, weil das Eider ist, was dann aussprudelt irgendwann. Ähm, das bringt uns noch was. Das ist doch keinmal wie uns, Alter. Du kleiner Pisser hier, da würde ich denn, Alter. Ja, okay. So geht's auch. Da gehe ich auch schon mal nicht hin, Alter, der hat 200 Lebenspunkte. Ne, 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 ne. Das sind unsere Mails, dann, ne? Das ist unser Nest hier. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ähm. Uh, die sehen krass aus, oder? Ich möchte die beeindrucken. alleine wurde ich zu viel daran alle 3 an der scheiße ich da angekommen um weg mit uns hier der tag beim boy oder der tag beim boy hier ist der den alten pisser nee wirklich muss ich mal zu unserem jester zurück und eine mädchen heilen sonst der hat zehn lebenspunkte oder bisschen wissen bisschen wenig einfach herrn greifen es an ja das hervorläuft sehr gut war gerade dabei den zu beeindrucken er war gut aber nach kaut wieder daran oder da wäre es nur zwei ja ja da können wir auch kacke ein bisschen schweiz aber klaus die man sie gar nicht bezaubern scheiße ja 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 ich muss euch ein haben von denen so zu dritt habe ich ja keine chance gegen die hat das ist einfach so krass drauf spannend ja du kannst dich mit einbrühtlos nicht jetzt bist du nicht soviel ran hatte danke jetzt kommt keiner sehr gut das ist gut dass er die takte dabei hat das war uns beeindruckt ja wir müssen hier noch am besten einen einser von den kriegen hier aber das wäre schwierig halt ne der ist schon weit weg wurde keine freunde ran die steaks geholt Kriegst du, Redo? Welche Stecks müssen wir haben? USA oder Philippinien? Ach, ähm. Russland oder Florida? Der verkackt voll, der Typ, oder? Okay, komm. Sehr gut, wir haben es. Russland! Kriegst du, kriegst du? Ich habe ein paar DNA-Punkte gesammelt, das ist gut, das ist gut. Und du fährst auf unserer Seite, das ist nämlich sehr gut. Die da hinten, die Viecher können wir dann... Die hassen uns seit des Todes, ne? Ähm, Russland, Florida, kannst du da die Nummer... Zwei... Sechs... Acht oder neun? Kannst du dich auch so? Zwei, sechs, acht oder neun? Wie du meintest. Das ist unsere Chance. Sechs, mitzusamm. Kriegst du? Oh, fuck. Okay. Ähm, lass uns dich kurz noch beeindrucken hier. Und dann kriegst du die Nummer sechs sehr gerne, Lorettchen. Sehr gerne. Oh ja, wir haben ein bisschen mehr. Segen. Oh, fuck die Hände, Alter, war das close. Okay. Das Speichern war das Game Again. Also ich hatte ja... Einfach, einfach zu crashen. Ich würde es gar nicht mehr gewohnt, Snacks einzulösen. So, ist der ja. Lorent, ne? Ähm, ich kann dir, wenn du Interesse das gerne zeigen, was ich meine, also der LED-Streifen, der ist jetzt hier da. Ich bin nicht richtig happy drüber, Alter, weil ich... Ich hab jetzt, Alter, gefühlt, ich hab viel zu viel, also das ist viel zu viel. Das war riesenteuer, ne? Der Shit. Denkst du, ach, ein bisschen indirekte Beleuchtung, Alter, ich hab. Also 360, 380, irgendwas in der Richtung bezahlt. Das ist viel Geld halt, ne? Ne, die ganze Welt ausgeschmissen. Das ist halt sehr angenehm. Die halt im Stream sieht man es halt nicht, weil so pricey leuchten fette LED-Strahler auf mich, ja. Aber wenn ich so halt außerhalb von Bezug aus meinem Rechner, ist es halt sonst immer zu dunkel. Guck mal, das liegt an zu haben, ist mir super unangenehm. So auf Dauer halt, wenn man auch einfach normal arbeiten möchte. Und das ist halt sehr angenehm und sehr, sehr gut. Ja, es ist, es fühlt sich sehr wohl hier drin, muss ich sagen. Also ich zumindest, ich glaube, wenn man zu Hype ist, aber naja. Ja, bitte einfach das Text, ich mach's weg. Ach so, okay, alles gut, alles gut, alles gut, Alter, alles gut. Oh, jetzt hab ich das noch mal, Alter. Ähm, du hast hier gekauft. Palvek Toffi, ja? Russlands Liebling. Mir fällt gerade aus, ob das eine Russlands-Bock ist, ne? Muss ich jetzt, damit ich jetzt hip mit einer Zeit bin und jetzt mit Trenden, so wie die viele und das nächste Mal sagen, oh, ich boykottiere jetzt die Russland-Bocks. Ja, das sind Süßigkeiten, ja. Aber, mach einfach mal aus, ja. Russlands Liebling. Schokowürfel mit Karamell-Füllung, mit einer geringen Menge Alkohol? What? Oh, geil. Geil, Alter. Denn, let's go, Alter. 1% ist Alkohol, ja. Oh, ist schon zerbrochen, schade. Weiß nicht, wieso? Schoko? Ja, genau so, nehm ich. Fuck, ey. Hm. Wir bähchen jetzt ein, oder schmeckt es raus? Was da Alkohol drin ist? 2,3%! Das, ja. Ne, Alter, das schmeckt so... Was ist das, wenn man so einen Rum oder sowas drin isst, Alter? Ja, Karamellcreme. Mit Schokoladen, der will ich sogar noch Alkohol, also. Da waren die Kinder-Snacks mit Alkohol drin, Alter. What the heck? Nur, dass du Kinder gibst, oder so, Alter, so für die... Da ist Alkohol drin, Alter. What? Also, ich find's auch nicht geil jetzt, aber... Hä? Hä? Die denken so, ach komm, ich verstecke einfach Alkohol jetzt, so. Hm. Aber nein. Hm, hm. Ich mag einfach auch keinen Alkohol, aber... Hm, hm. Nee. Hm, hm. Schreck nach billiger Schokolade. Hm, hm. Ein bisschen Rum, oder was? Korin oder sowas. I don't know. Nee. Kann ich jetzt eigentlich Drug-Castream in den Chat schreiben? In den schreiben? Ah, eigentlich schon, oder? Nein, natürlich nicht. Aber, also, theoretisch, ne? Der ist schon mal eine Kacke. Oh, kacke, auf der hat zwei. Na, viel zu... Shit, Alter. Okay, komm. Und jetzt nicht kriegen. Ah, schläge auf, schon mal. Okay, sieh mal wieder beantragen, wenn wir tanzen. Ah, fuck, Alter. Tschüss. Na, viel Spaß zu rettieren. Viel Spaß. Hab ich einen Arm noch, ne? Mach noch irgendwas. Was machst du eigentlich jetzt auch? Was Besonderes jetzt, was du hier noch vor hast, oder? Du auch. Danke, danke. Wir werden mir noch ein bisschen mit dem LED-Streifen hier begnügen, hier noch, halt, ne? Ach, stimmt, 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 stimmt. Denn auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall genug LED-Nicht im Zimmer jetzt, Alter. Zweitens, vielleicht noch hin. Das geht gleich auf, eigentlich, ne? Wir sind ein bisschen mehr... Das ist ein Verkackener, oder? Ja, da... Bei Gesang liegen wir da hinten, Alter. Da verkacken wir mega, Alter. Shit. Man, Alter, ich will die wirklich als Trends haben. Wir brauchen nur noch einen, der hat 40 DNA-Punkte. Das ist das gute, glaube ich, das Upgrade mit ein bisschen Shit, ne? Das hatte ich ohne. Kacke, was auch verkackt, ne? Die beiden drin, Alter. Was, wir haben das schaffen, Alter. Was ist das, Alter? Wir sagen wir noch mal. Was ist das, Alter? Wir sehen, können wir keine Chance, Alter. Nein. Oh, ey, 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 ey. Auch, komm, oooon! Ja, mecker jetzt nicht hier rum. Jetzt macht der auch noch mit? Oh, dann ist der Mist, ey. Versehen wir verkackt. Haben wir euch ein Bild die Gruppe geschickt, oder? Mal gucken, was das wieder ist. Wow, oh wow, oh wow. Aber die müssten wir noch einen von denen bezahlen und dann hätten wir das halt, ne? Ich würde die 40 Jahre abholen jetzt halt auch nicht wegwerfen, einfach weggehen und so. Das sehe ich jetzt auch nicht ganz einer. Ich würde sagen, was hier liegt. Oha. Ah, die sind auch ziemlich... Ach, die Ficker da oben, ne? Die kriegen wir noch nicht ihr Killt. Das Problem. Hm. Die Pistonitten hassen uns her. Das ist unsere Chance, eins von denen zu killen. Dann haben wir mal weg. Oh fuck, wegram. Dann schlagen wir den. Dann haben wir gespuckt mit Gebissen, Alter. Yes, Alter. Komm, 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 schlagen. Ja. Du komm, 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 komm. Ich hab hier auch noch hinten, Alter. Ah, Hunter Scheiße. Den Greifers waren die noch. Mit einem Schlag. Mit Schlag, Alter. Oh, der kleine Pisser, wirklich. Okay, Ram, schlagen, spucken, beißen, schlagen, einmal rein, hier kamen, spucken, hier kamen, ja, beißen, sehr gut. Noch einen verdient, besser besiegen, kriegen wir hin. Oh, okay, der will Stress, der will Stress, sehr gut, sehr gut. Haben wir schon mal gehabt, haben wir schon angegriffen, das ist gut, easy, die kriegen wir weg, die kriegen wir weg, ja, kein Problem. Sehr gut, der andere ist ja fertig geworden. Und wir haben die alle gekillt, sehr gut. Nice, nice, jetzt sind die Zerberat weg, jetzt ist es down. Wir haben jetzt schön Essen. Wir haben 229 DNA-Punkte, das ist sehr gut. Ich würde auch noch ein bisschen DNA-Punkte sammeln wollen, einfach, ähm, weil wir noch ein paar bräuchten, halt einfach, ne, im Endeffekt, so. Um ein paar krasse Abkastung zu machen, ja, wir können jetzt die ersten Sachen hier doch zu erkunden sind, die ich hier mitnehme und dann, ähm, die anderen noch bezaubern, einmal, ne, also, dass die denn uns begeistert sind. Wir sind ziemlich strong. Na. Wir haben eure aggressive Nachbarn gekillt, ja. Willkommen. Wir haben eine Chance, aber nicht. Danke. Okay, komm. Let's go. Ich würde jetzt singen? Ja, ja, singen, Alter, singen kacke bisschen, aber egal, über die Hälfte rüber. Yes, sehr gut, ihr habt mich befreundet. Yes, die sind unsere Freunde. Das ist das Wichtigste. Unsere Größer oder was, Alter? Sehr gut. Das ist Zeit, uns ein bisschen abzugehen, würde ich sagen, oder? Und wir haben jetzt 286 DNA-Punkte, vielleicht halt nicht weiter zu entwickeln, heißt, es ist eine gute Chance und es ist ein bisschen weiter zu entwickeln, obwohl die sind krass, sind die krass am Kämpfen. Ich hätte keinen, finde ich, Stats zu denen halt, ne? Was hat er? Beißen eins. Ziemlich kacke, die brauchen wir nicht zum Kämpfen, ne. Die sind sehr unvorteilhaft. Sieben Angriff, oha. Krieg ist jetzt in der Base, würde ich sagen. Ja, ja. Der Bike ist auch gut von unten schon. Oh. Der Hälfte ist aber schon geschafft. Der Hälfte. Der Hälfte. Oha. Uh. Uh. 440? Oh, wir haben ein Level, äh, Leben mehr bekommen. Ja bitte. Hallo, hallo. Oh, amt der Scheiß, ey. Was ist denn hier los? Alter. Uiuiuiuiuiuiui. Da ist nicht so gut. Ich will zurück in unser Base gehen, danke. Jetzt kann ich einen von dir mitnehmen eigentlich. Wie gut sind wir eigentlich im Kämpfen. Beißen 2, das ist halt auch nicht so richtig nah, besser als nix. Ja. Tanzen können. Ihr mögt tanzen, ja. Tanzen können. Sehr gut. Ich hab mit. Okay, drei Monate haben wir jetzt. Oh nice, Alter. Wir sind vier nicht aufgestellt von Stats. Ich weiß gar nicht. Und sie wichtig über hat erstmal ein bisschen upgraden. Und drei Monate können wir schon mal auf jeden Fall, ähm, mehr Action hier haben halt, ne. Hallo meine Liebe. Jetzt wird sie gebeizt. Oh ja, oh ja. Kurische, kurische Schokolade, ey. Schmeckt echt. Fuck, Alter. Man Alkohol, Alter, boah, weil ich einfach kein Alkohol mag, aber das schmeckt einfach mit weniger Schokolade einfach halt, ne, das ist halt auch die Sache, so, ne. Das sind diese komischen Kekse, die hatten die Weichen, die sind echt geil gewesen, keine Frage, die waren echt geil. So, um mir noch ein geiler gucken, hab ich nicht geschaut, ich hab ein bisschen Zeitgracy mit dem Spucken Stufe 4, Alter. Schlag, ich glaub Schlag ist geiler, oder? Mhm. Ein Ramme? Nee. Was ist beides Schlag? Spucken Stufe 4? Oh, halb kein Cash mehr, das ist nicht gut. Warte, ich wollte hier sowas machen wie Tanzen Stufe 3. Sprint und Geschwindigkeit, ja, das würde ich eher machen. Wir müssen die wieder runter, leider. Das sind Füße. 111 haben wir noch, können wir denn hier sowas spucken Stufe 2 machen, 3 wenigstens, ja. Macht vielleicht auch schon Unterschiede halt, ne, denke ich mal. Rammeln, spucken, beißen ist das Maul, ne. Haben wir schon beißen Stufe 3, ne. Beißen Stufe 3 haben wir schon, ja. Und dann lassen wir uns hier die Spucken Stufe. Ist ja auch noch genehm. Rammeln Stufe 1, Rammeln Stufe 3 kommen wir dann halt damit, ne. So war halt die Sache. Wenn es sich egal aussieht, es ist halt, ähm, effektiv im Rahmen, ne. Oh, bezaubernd. Gleichen. Alles noch bezaubernd, ne. Gesundheit plus 2. Oh, 2 Gesundheit würde ich schon nehmen, ne. Wir können die Hände nicht mehr boosten, schade. Dann, das sieht ziemlich hässlich aus mit dem einen Horn da. Eigentlich finde ich die 2 schon besser. Na. Oha. Alter. Ja, oder so, ne. So wird es auch nicht schlecht aus, finde ich. Das sieht schon weird aus, aber für die Verhältnisse, die wir hier haben. So, ne. Dieses Schlagen, was wir da haben. Schlagen Stufe 3 durch. Ah. Ah. 75. Ne, kommen wir nicht hin. Das ist nicht Schlagen. Da ist nichts runter, ne. Ist das noch was anderes? Oh, ich glaube nicht, ne. Besser aus dem Maul, ne. Definitiv nicht. Obwohl, ne. Das bringt 75. Ne, reicht knapp nicht, reicht knapp nicht. Schade, weil das ist halt beißen Stufe 4, singen Stufe 2, ne. Das wäre schon geil. Oha, und es gibt auch noch Gesundheit plus 2. Oha. Ja. Alter, du bist singen Stufe 1, ne. Denn, denn nicht, ne. Ich glaube, das singen ist halt auch schon nicht schlecht, ne. Weil, im singen nur 1, 3. 2, 3, ja. Singen am kackigsten. Lass uns das so lassen. Ich kann auch was auch machen, was uns irgendwie noch bezaubernd bringt oder irgendwas. Oder so. Bezaubernd. Stufe 4, alter. Sprinten, ne. Das bringt alles nichts mehr. Was? Gleiten. Stufe 2. Können Sie Flügel heranzaubern an die Hütte hier? What the fuck? Oha. Das sieht so weird aus, oder? So. Warte, da können wir noch, ähm, hier. Leiten. Wer flügeln könne, kann halt schon fliegen. Die Flugstrecke ist dann schon abhängig. Ja, genau. Kann ich doch hilfreich wenn irgendjemand sonst sagt, dass wir kaum einfach entkommen, kurz, ne. Ich hab schon wieder Hunger, ey. Ich kann auch schon bezaubern. Ich kann auch schon bezaubern. Oha. 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 Ich hab's noch nichts Neues, ne. Hm. Was bist du denn? Ja, ähm, ich bin ein, äh, Xena, Xena, was auch immer. I don't know. Das ist wie World of Warcraft, ein bisschen besser, ja. Direkt getriggert, ja. Hm. Das ist es. Boah. Ich kann einfach eine Kreaturstellung mit zerspielen. I don't know, es ist aber sehr effizient. Also hab ich mich für die entschieden. Die machen wir fertig, die kleinen Ficker hier, oder? Mhm. Spucken, oder? Oha, mach keinen Stress hier, Alter. Mach keinen Stress, ey. Wirklich. So, weg mit dir hier. Du auch hier. Zwei müssen wir dann besiegen? Okay, weiter geht's. Dann spucken wir hier rauf, einmal. Und dann... Müssen die Überspolizei, wir müssen die besiegen halt, ne. Dadurch zählt das halt nicht. Dann werden die uns... Ich mach die fertig, ich hab eins gegen eins. Ja, auf jeden Fall. Ausgleichsverpackt, geil. Da müssen wir uns mal speichern. Hm, das ist das geile, wenn ich austappen muss halt, ne. Ah. Hm? Guck mal, ob wir's hinkriegen. Was robbelts jetzt? Im Grunde ist dann der Vieh, ich werde ich mal noch. Brauch ich die Großwelt. Ich will das nie, dass ich da weiter blicken. Jetzt geht's tot. Und jetzt versuchen... Ja. Wie auch immer. Escape, hallo. Alt Enter. Das ist ja bei dem Game echt geil, halt, ne. Robbers denkt sich halt auch so, Bruder, Alter, warte, was war die von mir her, ne. Oh, Mann, ey. Seid ihr mal geil. Alter, OBS, ne. Mach jetzt hier keinen... Mach jetzt hier keinen Affen wieder, ne. Ich hab nicht rausgefunden, was er genau möchte, immer, ja. Ich hab nicht rausgefunden, was er genau möchte, ja. Jetzt hab ich's im Fenstermodus, ja. So, OBS. Jetzt hab ich's im Fenstermodus, ja. Ich hab mir jetzt aber darauf geeignet, dass ich einfach voll Fenstermodus spiele, Alter, weil... Nö. Ich glaub, das ist das Beste. Ein paar DNA-Punkte, wieder ein paar saftige. Wir haben die nämlich gekillt, weil die sind nämlich sehr schwach im Kämpfen, dafür sehr stark im Singen. Die sind dafür ungedreht. Aber kriegen wir die überzeugt, die sind pisst auf uns, das wird schwierig. Und die hier? Oh, die sind sehr gut im Singen. Gucken, ob wir irgendwie eine Chance haben. Müssen wir aber einen einzelnen da rankriegen. Ja. Komm. Was wollt ihr die haben? Was wollt ihr die haben? Kacke singen, Alter. Tanzen. Auha, die Musik geht schon mehr ab hier beim Tanzen, ja. Wollt ihr nicht haben? Lass doch tanzen. Was haben wir das eigentlich? Wie ein Junge. Oh fuck, Alter. Lass meinen Main in Ruhe hier. Meiner Gute, wirklich. Ist mein Buddy hier fast gekillt. So. Ein bisschen wieder zur Base gehen. Aber er weckt einfach so, oder? Er weckt einfach so, oder? Er weckt also. Muss ich mir einfach snacken? Ich glaube, er weckt einfach so. Okay, dann lassen wir kurz snacken. Das geht nicht langweilig. Eigentlich nicht. Muss alles richtig fahren nehmen, weil man einfach so die Evolutionsstufen vor den Spätzchen durchgeht halt, ne? Fand ich ganz cool, würde ich sagen. Joa. Wird halt immer smarter, immer intelligenter mit der Zeit halt, ne? Und ähm... Joa, macht immer mehr Shit halt, ne? Ich muss mich beeindrucken, mein Junge. Bist du eins in dir? Auf, ne? Über zwei Level. Ah, doch, ein bisschen Elf ist Shit. Okay, komm. Okay, die Segen verkacken jetzt ein bisschen, aber... Die sind auch nicht so gut im Segen. Ah, fuck. Das schaffen wir nicht mehr, oder? Ähm... Schwierig. Okay, jetzt lasse ich wohl mit der Schützung noch von meinem... Von meinem... Obwohl, ich hab noch hier einen guten, ähm... Gute Freunde hier zu bezaubern. Ja, die sind... Die sind gut im... Shit, ne? In dem Game. Oh ja. Kann man sich nicht beschweren. Ist doch jetzt okay. Würde dich gern einmal besingen hier. Ich verstehe. So, wenn wir jetzt zu vier, dann haben wir ein bisschen mehr Chance vielleicht. Damit kann man... Genau, kommt jetzt mit. Äh... Dröfter, besorge die drei Gruppmitglieder. Anderer speziell... Was auch immer. Du mein Junge. Okay. So. Wir müssen irgendwie jetzt einen finden, der weiter weg ist. Genau. Den hier nämlich. Oh, der ist krank. Stark. Hier rutscht der, ne? Einer der außenrum steht, aber bloß. Einer der außenrum steht, ja. Weil die sind an sich... Oh, die sind auch gut im Campen. Die wir gerne mitnehmen zum Campen, weil die haben gut... Die haben gut Damage halt, ne? Drinnen. Aber wir haben jetzt kein... Ah, okay. Irgendwas probieren. Der bis alleine steht, ja. Jetzt komm. Jetzt reicht's ja aus. Wir tanzen wir ein bisschen wie vor. Oha. Ich wollte ja mal zu dritt tanzen, zu viert, ne? Oha, posieren, okay. HaAaah. Eui, das läuft. Gute, oder? Ein bis auf beeindrucken, und dann haben wir sie hier auf unsere Seite. Das ist das Wichtigste, Alter. Das ist dann sehr gut. Komm, du. Komm, ja, hallo, mein Junge. Mh. Kacke, Alter. Oh, Segen, Alter. Kann ich mir nicht mehr so die Mitte halten, ne? Das ist das hier, oder? Okay, das schaffen wir nicht. Okay, müssen wir wirklich nur eine und sie snacken können. Nicht wieder drei, Alter. Drei ist schwierig. Oh, fuck. Er hat schon wieder einen, oder? Einen geht noch vielleicht. Okay, posieren. Das kann er gar nicht. Auch nicht schlecht. Ja, okay, gut. Die fangen gut an. Aber die machen gut weiter. Guck, ob sie es schaffen. Oh, okay. Das ist bezaubernd. Komm hin. Wir haben sie, wir haben sie und wir schmeißen ihn raus. Das ist kacke. Wie viel steckst du, wenn ich habe? 50? Ich will zwei von denen haben, am liebsten sogar, ja. Das ist gar nicht am geilsten zu kämpfen, ja. Wie viel ist das? Erstmal ist es drin, sehr gut. Wie los, Alter? 250, Alter. Oh, 12 Angriff, Alter, ne. Will ich sie besingen? Ich will nicht haben, oder? Doch, will er haben. Sehr gut. Will ich auch nicht haben. Auch, posieren, will er haben. Ah, okay, posieren. Oha! 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 Er mag uns? Er mag uns? Er mag uns? Ich muss ihn auch kurz besägen, hier mit der Augen. Ich muss die anderen hier rausnehmen. Posieren, ja. Yes! Er könnte dich mitnehmen, der ist ziemlich geil im Kiten. Fuuuuck! Ist abgebrochen. Komm. Ja, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Klau ihn mir nicht, ja, das ist mein Matt. Scheiß UFO, Alter. Oh, scheiße. Kacke. Dude, die snacken den. What the fuck. Den nicht snacken. Ich will mit dir, komm her. Ach, viel kleinen Pisser da oben, Alter. Scheiße. Nein! Ey! Die haben ihn verklaut. Die haben ihn einfach geklaut. Sie sind unser OP-Freund gewesen, Alter. Ach, du meine Fresse, Alter. So ein Scheiß, okay. Okay, ihr kleinen Bastard hier hinten, ne? Vielleicht geh ich aber schon mal mit nem Spucken. Okay, du willst dich auch stressen, komm, 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 komm her, komm her, der kleine Picker hier, ja. Und dich hier weg, Alter, sehr gut. Ich will snacken jetzt mal hier. Snacken! Zeit zum snacken, Zeit zum snacken. Mmh, mmh, ich hab deinen Freund gesnackt, Alter. So. Du, das ist fucking viel greift dir dafür, oder? Die gefühlt durchs Verdamage ja nix. Ist das nicht ausgearbeitet, Alter? So funktioniert das hier, ne? Einen noch? Okay, komm. Komm, 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 schlagen, sehr gut. Komm, beiß den Tod, Alter, sehr schön, wir haben sie. Wir haben sie! Sie haben meinen Freund geklaut, das ist nicht gut. Woher unser Himmel ist größer, Alter? Oha! 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 Glückwunsch, dein Gehirn ist nun voll entwickelt und platzt schon fast an den Nähten. Bereite dich auf eine Weiterentwicklung zur Stammesphase vor. Du hast dich bis in die Spitze Nahrungskette geschafft. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, da war einfach ein krasser OP-Fig. Aber, oh, ist okay. Dafür hat sich den A-Punkt, das ist gut. Ähm, wenn du bereit bist, in der Stammesphase. Was? Wenn du bereit bist, in der Stammesphase dein Glück zu versuchen, klicke auf den Weiterentwicklungs-Button. Sticke hier, um die Stamm zu gründen. Ja, ja, weiterentwickeln. Ja, okay. Du musst, äh, noch einmal in den Designer, um dein Aussehen für alle Zeit festzulegen. Es ist die letzte Gelegenheit, Arme zuzufügen. Das kann im Umgang mit Werkzeugen recht hilfreich sein. Oha! Okay. Also, keine Arme zuzufügen, ist gut zu wissen. Wir haben 106 Health Points, Alter. Crazy. Hm. Das ist keiner mehr. Leute hier alle. Ah, da bist du ja. Milady. Erstmal ein Ei rausgedrückt. Das ist ein dicker Ei. Blüppigsten Augen, den ich je gesehen habe, Alter. Beiße 5, Alter. What the fuck? Und Ramm 3. Da können wir die Hörner wegpacken. Dann wieder ran. Oh, die Hörner wieder ran, glaube ich, oder? Bitte mir noch Gesundheit. Oh, die Hörner wegpacken, die wir hier, ja, die es hier gibt, oder? Greifen, posieren, 5. Aufschlag. Ja, toll, dass wir nur die hier haben, ne? Cool. Dann wären es aber jetzt die. Denke ich mal, oder? Das müssen wir schlagen von einer Schwierigkeit auch. Kacke. Nochmal gucken. Die haben wir dran, da gerade, ne? Oh, Spucken, 3, Rammen, 3. Oder will ich einfach Rammen haben, oder? Rammen, 4. Aber das bringt immer 3 Gesundheit extra. Bringt es nicht extra. Okay, dann haben wir die hier. Schlagen, 4. Rückwurschlagen, 3. Also, dann haben wir es hier verkaufen und die hier ran. So, und dann natürlich, ähm... Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Loret hat sich Getränk gekauft. Das sieht real aus, das Vieh, oder? Also, ich muss, ich muss, ich muss hier den, ähm... So, oder? Äh, das sieht so weird aus. Kriegste Getränk gerade, gar kein Problem. Eier, trockene Augen, ey, aber... Ich freue mich. Äh, oder ich muss das Kabel gewusstet noch fertig machen. Oioioi. Oh, die sind noch... Alles fertig machen. Ah, gucken. Morgen, oder so. Äh, eins... zu eins, dein Zwilling. Eins, achso. Ja, true, auf jeden Fall. Achso, die Flüge wird dann verkaufen. Das war nämlich Kacke. Oh, ein bisschen haben wir Cash haben bisher zurückgebracht, muss ich sagen. Da können wir noch ein bisschen was ins Bezaubern vielleicht noch. Bezaubern Stufe 4, da haben wir ein bisschen Kacke nämlich noch. Da haben wir noch Stufe 3, Max, hier mal was habe, was bezaubernd hier bringt. Hm. Warte, no. Aber, stößt ja nur gerade das Wasser hier, ne? Ich finde die Augen noch besser da vorne schieben, nö, oder? So sehr sexy, die Augen. Und die gibt's gar nicht mehr für uns, ne? So, was ist das für Teile, Alter? Das würde sich auch nicht schäuern, dass die schwarzen Pugner, wo es hätten, oder? Als Augen. Oder ist das auch was hier? Hm. Wie war denn die Augen? Naja. Das ist eigentlich nicht schlecht. Oha. Und jetzt? Ah, genau. Wunderbar, was hier hat den ab und drüben, aber das kostet alles halt so viel, dadurch können wir halt einfach auch nichts mehr wie ran machen, groß, ne? Könnten dieses Spuckteil vielleicht hier hinten... Ich glaub, hier hinten macht's schon nicht, macht's wohl keinen schlechten Job, halt, ne? Ob ist es auch was Spucken? 3, wenn wir das verkaufen, könnten wir halt noch, äh, Spucken 4 halt, ne? Mhm. Können wir das nicht wieder aufpacken? Die Komplexität zur Zeige, die Anzeige, die Anzeige voll, kannst du keine Anzeige anzupfen? Ah, okay. Das ist noch nicht gut, die zu voll zu kriegen. Ich verstehe, ich verstehe. Boah, dann wäre ich ganz gut von den Stats hier, oder? Schlagen 4, Spucken 4, Ram leider nur 2, warum haben wir noch mit Ram nur 2? Die anderen sind doch kack, oder was? Wieder aufgebaut haben. Ja, noch Ram 4, die wir auch geworden haben. Also Ram 4, hä, what the fuck, war das ein Bug? Das ist schon 4. Eigentlich auch 4, aber halt, der Rest halt, ne? Tanzen ist halt kacke, aber tanzen, können wir auch nichts machen, weil wir bräuchten wir wahrscheinlich andere Beine, oder? Eine komplett andere Beine? Nö. Und diese Exo, das gehört, die wollen wir ja nicht hin. Und es für die anderen hier erforschen, aber, tja, die Bunger tanzen und sowas, aber, wir auch tanzen, dann wollte ich gar nicht drauf. Achter, wir haben tanzen, auf Spiel 3 schon. Die, da habe ich drauf, ne? Die haben wir drauf. Tatsache, 2-3, oh, ist nicht schlecht heute, ne? Die haben uns bezaubern gebraucht, ah, okay. Die kleinen Teile haben uns bezaubern gebraucht. 3-3 würde ich nicht über die Machen, eigentlich. 2-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 5-3, Also das ist gar nicht ganz gut von den Stats her, vor allem posieren 5, Alter. Aha, das ist crazy. Epilepsie. Alter, what the fuck, ne? Das habe ich halt gar nie so was schwarzes Bildschirm oder so, wenn ich das Sprite blicken will drum. Wird es in der neuen Phase, in der dritten von 5 oder so was, ich weiß gar nicht. Ja, oh, das hat mich bis abgefallen, aber das ist schlimm, wenn wir unser Dings relativ wenig gebraucht. Tschüssi, Leute! Das ist meine Begleiterin oder was? Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest, folge ihnen um einen Partner zu finden und um eine Heiratbar ist zu beziehen. Mach ich. Benutzt du die Übersichtskarte um dich? Ja, ja. Okay. 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 Ich bin wirklich friedlich zu uns, aber ich bin auch stärker halt, glaube ich, ne? Hier hinten, ey? What the heck? Hier ist Wasser, ey? Sorry? Ich muss jetzt hier oben am Wasser lang laufen. Wirklich? Alter. Game, ne? Ich weiß nicht, Alter, what the fuck? Was der scheiß Problem ist wieder, ne? Na ja, macht ruhig. Da hinten. 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 Da hinten rumflackert wieder. Da hinten rumflackert wieder. Alter. Da hinten rumflackert. Da hinten rumflackert. Da hinten rumflackert. Da hinten rumflackert. Die Sachen haben wir halt schon gefunden. Die Sachen haben wir haltall, Alter, schon. Na? Wie geht's euch so, ja? Es ist gut, ich freue mich heute mit. Ist hier meine neue Heimat? Was ist, ja? Uh, er hat noch ein paar Sachen jetzt erfunden. Schnellzeit lohnt sich gar nicht mehr für uns, ne? Hallo, hallo. Willkommen, willkommen. Wir sind so weird aus, Alter. Oh, der hat ein großes Skelett. Oha. Ein großes Nest geworden. Du hast dieses Netz besetzt, zukünftige neue Generation werden hier geboren. Okay. Lasse mich diese Knochen untersuchen. Ich will weiterentwickelte Teile haben. Boah, war jetzt nicht so krass, ne? Aber... Achso, da müssen wir uns ja weiterentwickeln. Ach, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Aber an sich können wir ja theoretisch weitergrinden eigentlich und uns krasser machen. Weil im Endeffekt, wir kriegen trotzdem noch DNA und sowas, kriegen wir alles ja noch in dieser Phase aktuell, bevor wir in die Star Wars Phase übergehen. Ich würde sagen, man macht sich noch besser, aber... Nö, nö. Was bist du da für ein Fäderhänden? Ach komm, was soll's. Wir gehen in die Evolution. Deine Kreationen als Kreatur haben deine Spezies neue Fähigkeiten beschert. In der Stammungsphase erwarten dich neue, einzigartige Fähigkeiten. Anpassungsfähig? Raubtier? Sozial? Ja... Du hast, ich bin viel Kreatur befreundet. Guck mal. Ah, wir gehen auf Anpassungsfähigkeit so hoch, die wir uns verhalten. Es gibt fünf Phasen, ja. Ich verstehe... Und die ganzen Teile, die wir gefunden haben, wir haben noch mehr gefunden. Uiuiui. Ja, ja. Ja, 2 und 11, Alter. Der muss doch ein paar ausschalten halt, ne? Um halt, irgendwie, Essen zu bekommen. Aber ich glaube, anpassungsfähig, ne? Ja, das ist doch... Ja, bumm. Ja, bumm. mal gucken, ich könnte es auch mal anpassen, ah ok, ich werde da mal ein bisschen griden, was soll ich jetzt machen, aber ich hätte jetzt genug den A-Punkt dafür die besseren Füße, ich glaube nicht, ne, ne, nicht ganz, ach man, ne, ich printen Ram, das hat sie mich schon behalten, ach komm, es dauert jetzt hier, bringt nichts Neues hier groß reingebracht, oder? Fusieren, schlagen, ach komm, oh, in der Nase, ok, es ist angenehmer dieses Facken als diese komische Sprite, das ist absolut weird, ich werde zu sparen, wie das jetzt aussieht, ich habe ein Holz, auf Holz, oh, warte, ich feiere mal, oder? Ich habe ein Holz, wow, das ist scheiße, hm, oh, wow, ja, ok, hast du das jetzt, war dein Haus, oder macht er Feuer? Er macht Feuer, ja, oder macht er Feuer? Oha, wir sind echt intelligent, oder? Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase, Stammesphase, ok, aber irgendwie ist jede Phase doch mal komplett anderes Spiel, oder? Ich überlege so, als Zelle da, ist halt nicht groß, ne, das geht schon gleich länger, das hatten die, 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 das haben wir gerade. Oha, wir haben ein Haus! Ähm, mach ein Dach über deinen Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen, aber mach vorsichtbald, wenn überall auf dem Planeten andere Stämmer entstehen, sei vorsichtig! Oha, ok. Das bekommst du uns zu verteidigen, hoffe ich mal. Lass uns ja auch anders aus. Äh, du befehligst dir jetzt einen aufstrebenden Stamm mit drei Mitgliedern, du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe ausführen, oder eine, die eine Anweisung ausführen, und interagiere mit anderen Stämmen, um deine Vorstandszeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Ok. Deine Vorstandszeige gegen Bündnisse mit anderen Stämmen oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Das Ziel, die, 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 das, diese Ziele helfen dir. Ahja, ich bin nur ok, ne? Die Stammesphase zu überstehen. Ähm, deine erste Aufgabe steht darin, dein Stamm, eine neue Stammesausstattung auszurüsten. Klick auf die Hütte. WTF? Klicke auf das Hüt-Symbol, um die Stammesmitter im Menü einzublenden. Wähle ein Stammesmitter aus und klicke auf den Button... AUTFIT BEATEN! Ok. WTF? WTF? Ich glaub, brauch die anderen Stäts nicht mehr... ne? Kampf. Sozial. Ja, Kampf! Ich glaub, die anderen Sachen, die brauch ich halt nicht mehr. ich konnte machen kacke okay also ich will mal was nicht sammeln sozial sammeln sozial camp und sammeln kann man nur auf sammeln setzen oder was kann aber noch eine kampfhode aufsetzen natürlich oh gesundheit ist auch nicht schlechtheit ne eine maske die kampf bringt brustpanzer sammeln stoffe 3 macht sich besser okay dann ist das maximum okay denn halt warte mal ich werde es nicht übersehen was gesundheit bringt hier mit dem wir runter nehmen gesundheit drauf und hier dafür sammeln stoffe 3 so jetzt hier dann sozial sozial und gesundheit noch nicht so geil das sieht so kleine antenne aus ey oha naja da sieht kacke aus okay da hat er so ein album an uns gebastet hier einfach sieht jetzt nicht geil aus aber ich kann ganz andere sachen nicht verkaufen mehr guter und zu teuer okay du kannst die kamera jetzt frei über die ganze welt bewegen dadurch kann hast du einen besseren überblick über einzelne stadtmitglieder oder gruppen deren befehle erteilt hast man manchmal mache was machen wir mal eine pause und sehen uns die grundleine kamerasteuerung an oder öha ja zoom ha mostrar mach cool alter monsters Leicht sich gedrückt und die kamera Klicke als das Prothetisch Sternsmitglied Klicke und ziehe, ist alles richtig Klicke Ich will hier irgendjagern. Ah, jetzt. Oh yes Alter! Ja, komm Fleisch oder Fisch zu halten. Yes. Oha. Sehr gut. Acht! Will ich alle machen, oder? Komm, das sind einfach alle Reisen hier, komm. Wir sind alle fertig hier. Einfach alle an hier, yes Alter! Oha. Oha. Dammit! Yes! Ja, noch ist er da. Ich bringe noch gut Essen auf unsere Base, auf jeden Fall. Oha. 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 Yes. Oha. 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 passiert so einfach was zu kämpfen oder um nahrung zu bekommen glaube ich obwohl wir machen uns hier eine richtige herde die machen ja gut fisch oder das ist gut besser als tier anzugreifen ich sagen oder komm ein bisschen bringen bitte ein bisschen essen in die base danke easy piece noch ein killer wer rausgedrückt hier sehr gut aber ich habe ja nichts in die richtung ist eigentlich so schlimm wir können ja einfach die kinder auch bei der angeschickung ach so die können wir ah ok wir können sie alle ausführen über die stammfläche und wir können sie halt mit sachen auch kippen mit mit exen oder mit digeridoos wenn wir dann beeindrucken wollen mit digeridoos und wenn wir nicht beeindrucken wollen dann halt einfach mit ähm mit dings ne mit exen wird auch kein anderer stamm wird ein anderer stamm aber eigentlich die wollen wir uns freuen machen eigentlich oder würde ich sagen sagen wenn das bb fertig ist dann gehen wir mal mit vier von denen und sagen wir ein bisschen was ein ja ne mit digeridoos um zu verbündet zu machen in der erste schauen wenn wir vielleicht keine konkurrenz haben würde ich sagen oder ich hoffe die versiegt auch nicht das fände mich sehr 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 gut so warten wir mit dem noch wir müssen wir für die ab ja ja Warten wir noch alle die Gerüte? Sehr gut. Und du mein Junge? Jetzt erst mal fischen, ja? Die anderen vier, oder fünf, ich hab mit. Freundlich, wenn wir sein. So, mit Instrumenten kannst du auf die Windschirm-Mini reingehen, indem du die Tasten drückst. Oha, ja, nice, ich hab mit den Gerüteos, ja? Ja, yes, yes, yes! Den Gerüteos, oh, krass, Alter! Oha, Mann, war das, war das Strong, ey. Szen von Zerr, wenn das nicht gut war. What the fuck, das ist irgendwie so funny. Wollt ihr Konzert haben, ja? Let's go, oder? Wollt ihr haben? Didgeridus! Wow! Didgeridus, anscheinend, noch mehr, sehr gut! Oha, noch mehr! Wir sind ja, würde ich sagen, oder? Yes! Das ist unser Maid. Für dich, oder? Danke, das ist unser Maid. Nachbarn, die Stämme sind noch da. Ja, das ist unser Maid. Sehr gut! Oha! Wir haben was bekommen! Abzeichen! Du hast das pinke Daufe zu deinen Verbündeten gemacht. Äh, zur Feier des Tages, stell den Stamm, stell dein Stamm, ein, äh, Trot im Stier, sowie einige neue Werkzeuge und Outfits zur Verfügung. Letztes wurde das Stammesplan zugefügt. Okay. Nice! Oha! Oha, das wird ein bisschen schicker. Oho, oho, joo, 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 joo. Wir können doch mal Babies machen, denkmal, oder? Wir können sogar beide machen, denkmal, oey! Dein Stamm wird dir ansehen. Jetzt hast du eine größere Rötung und kannst, bei so neun, erst mal direkt mehr Kinder machen, Alter! Komm, drück Kinder raus hier. Das ist wichtig, erst mal direkt hin da rein, die anderen hier, ne? Das haust hier oder was auch immer das haust hier so. Nicht ganz verstanden, aber hier rüstet euch bitte aus mit Streikechsen. Müssen wir ein bisschen Futter holen, ja. Mein Stammes Oberhaupt kann mitangeln gehen, würde ich sagen, ne? Und dir könnt erst mal mitjagen gehen. Wait what? Austiere? Ui, die kommen doch aus den Haustier holen. Sizesiere, eine wilde Kreatur. Und wir haben neue Leute zum Fischen, das ist sehr gut. Wir sind nicht auf Attack, deswegen. Ah, deswegen. Komm, let's go, Alter. Fight damit. Nächste, Streckachs, komm. Jo, Alter, machen sich alle nieder, Alter, ja, richtig. Komm hier eins, komm, komm. Komm hier, komm, 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 komm. Wollen wir eine Streikechse haben? Merk ich schon, ja. Wollen wir eine Streikechse haben? Schaut uns mit der Streikechse haben, hm? Yes. So, jetzt sind wir es mit. Ich will die Tiere an dein Futter. Oh ne, das ist schon geklärt. Das ist schon geklärt. Sehr gut. Die packen ein bisschen Futter hier noch rein. Pufft sich Futter, Alter. Uiuiui. Yes, Alter, yes, 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 oh, jetzt lebt das hier richtig, Alter, so. Die sind weiter am Futter holen, ja, ich glaub schon, oder? Die und das Rest nicht erst nehmen die Smarke noch die KI, um die jetzt wieder zurückzustellen. Ich glaube, anscheinend, ne? Ähm. Ach so, der Telep... Wait. Keiner Pisser da, ja? Was für ein Fressen hier haben? Was war das einer von denen, ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung, was das für einer war. Oh, war das einer von dem anderen Stamm war? Ne, natürlich nicht, oder? I don't know. Und dann lass ich einfach die ganze Stamm einfach angeln. Wart kein Wässer, außer angeln, hä? So. Was haben wir hier? Angstspüren! Schau uns mit Angstspüren aus, um die ihre... Oh, ja klar, Alter! Soll ich jetzt ein Beiandrücker toll sein? Jo. Auch dabei. Nicht Platz für alles, glaub ich, ne? Könnt ihr euch bitte alle kurz mal hier, ähm, Angelsspier holen? Dürfen wir mehr Fisch kriegen? Oh, ja, das ist ja Angelsspielrad, Alter. Aha! Sehr gut, Alter, jetzt wird hier richtig gefischt, Alter! Yes, 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 yes. Oh, okay, komm. Und bitte angeln. Natürlich sofort, ob sie direkt an dem Wasser sind, Alter, und dreigern können. Das macht es natürlich ziemlich geil, macht es sich auch sehr einfach für uns halt, ne? Oh, da sind noch ein paar Viecher, aber scheiß drauf. Wait, what? Wait, okay, komm. Räuber gesehen, nur im Filter stehen. Oh, Axe, 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 Axe. Und angreifen. Oha, oha, die kleinen Pisser. Komm hinterher, komm hinterher. Die Pisser waren so im Futter stehen, Alter. Ich hab' noch nicht, mach' keinen Sinn, mach' keinen Sinn, komm' zurück, komm' zurück, komm' zurück. Und ich wieder angelsperre. Hinten das Dorf, die hassen uns. Okay, das sind die ersten, die wir also dann killen. Die Türkisen hassen uns auch. Okay, die grünen sind, okay. Gut, wisst ihr was das heißt? Heißt, wir müssen zwei Stunden mal ausrotten, ne? Und dann... Wollen die ja purpose schon struggle? Angreifer an sich... ...ein anderer Stamm greift an. Wait, what, wo denn? Wo? Oh. Oh! Alemann, bewaffnen. Waffnen! Fuuuck. Oh fuck 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 fuck, fuck fuck, fuck fuck, fuck, fall Oh fuck, oh fuck, oh fuck, holt euch ne Waffen хорошんで Fuck 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 fuck, holt euch Waffen, alle Waffen, hype mich, come род Jungs, zwei noch Die anderen greifen auch einander, die kleinen Pisse, Alter. Ich hasse euch, Alter. Okay, okay. Die greift hinten an. Hier könnt ihr alle denn angreifen. Und ihr beiden könnt ihr eigentlich... Oh, den noch. Und dann greift die mit an, Alter. Greift die alle an, hier. Greift die alle an, die kleinen Pisse, Alter. Die warte ich bei oben. Hau's hier kaputt, Alter. Von beiden Seiten, ey. Ich glaube, ich hake. Komm extra raus, ihr kommt, macht ihr was. Oh Gott. Lass dich weiter angeln hier, ey. Ey, wirklich. Hat hackt das wohl hier. Die Kiesel holen wir uns erstmal, glaube ich. Die reparieren das hier. Wie geil siehst du aus, hier befindet sich schon viel im Schaden, ey. Holzer, Alter. Ja. Die Nachricht kommt direkt ausrüsten, direkt ausrüsten, das Wetteste. Wir fischen uns bestimmt mit unseren Sperren hier, dass wir gut Essen bekommen, Alter. Das bringt euch doch mal 29 Essen, Alter. Da gestorben werden wir nicht so schlimm gewesen, aber... Trotzdem, Alter, machen wir doch nicht hier. So aus dem Arbeiten können wir Kampfmesse gehen oder sowas? Was nice hier, was wichtiges, cooles? Kampf? So ein Teil. Kampf Stufe 3, oha. 100 Stufe 4. Hat denn jetzt Kampf? Was bringt denn jetzt gerade aktuell Kampf? Die Maske, glaube ich, ne? Jupp. Kampf 3. Klingt schon ziemlich sick, oder? Ich glaube in einem Kampf 3. Und Gesundheit 4. Was war das hier hinten? Was hat das gebracht? Das ist irgendwas anderes. Kacke. Das war unser Sozialteil. Oh meine Fresse. Unser Hut war Gesundheit, ne? Ja. Gesundheit 4. Ach, Sozial hatten wir, ne? Sozial 1. Sammeln 3. Oh ja, stimmt. Sammeln brauchten wir auch noch. Sammeln 3. Das war unser Hut. Wir brauchten ja. Sozial 3. Genau. So. Das ist gut. Oh doch. Null, ne? Ein Kampf besser geworden. Das ist wichtig. Wenn wir noch ein Stammersorten hier. Kleinen Pisser, die uns angegriffen haben. Ich würde sagen, die, 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 die. Tarkisen. So, wir müssen ein bisschen Strom fressen haben sie erstmal noch hier. Ein bisschen Essen hier snacken. Ein bisschen Sitterer-Apparatus. Und dann, wenn wir uns ausrüsten, den erstmal direkt losziehen. Ich glaube, ein oder zwei lassen wir hier, oder? Ah, die essen selbstständig. Okay. Hm, verstehe. Oha. Essen, Alter. Yes. Ihr seid fertig. Mitangeln. Bitte, wir müssen den ganzen Stamm hier her. Lassen wir uns erstmal hier her. So, drei Stück. Ist das auch unser Anführer, oder? Die obersten drei. Hier wird euch angezeigt. Der Rest. Verraftet sich mit Streikexen. Oder die letzten drei unten mehr. Egal. Hier wird euch die obersten drei haben. Streikexen, bitte. Wie gesagt, möchte etwas schenken. Klicke auf den Korb, um uns anzunehmen. Wo ist der Korb? Oh. Oh. Nice. Isn't der nöt? Was ist das? Oh! 10 essen! Geil! So. Also, ihr beiden und der Anführer, ihr geht wieder angeln, ja und die anderen hier, ihr könnt alle mit. Mit. Find dein Pisser hier oben, komm mit den Angergriffen jetzt. Alright, komm hier, ich will nicht mit dir kämpfen, wenn ich Freunde habe, eher. Der wäre erst entlang, oder? Kann man was da machen, mir egal. Füge die hin und killen die erst mal hier. Angriff! Los Jungs! They have strike Exa. Oh f*** oh f***. Strike Exa. Yes, 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 yes. komm komm mach sie da und komm macht sie dich fertig machen hier von den kleinen pissen hier fertig hier habe ich habe mich angriffen der schuld aber hier haben david output hier ist ja 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 komm 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 weiß wie auch wir sind dauernd anders geht es ja ja nicht jetzt essen ich glaube die essen einfach weiter bei uns und komm zähl kaputt machen wie du musst hier einstürzen wir können nach dem müssen wir auch mitnehmen damit wir die links können den shit machen können ach komm das stimmt nicht so schlimm was soll jetzt klingt das makaber aber sind wir gestorben oh ok da kämpfst du noch weiter fleißig sehr gut naja dann werden wir noch essen ihr arbeitet ja fleißig ihr drei da ne wollt ihr nicht ihr solltet doch ihr sollt doch futter holen ok cool das spiel gespeichert wurde komm greift sich schön an wir sind dann lange da unten hoffentlich gucken yes ah und das hauptsache von uns ist dann jetzt gewonnen ok gut sehr gut zu wissen ich brauchst ja neue sachen sehr gut haben wir die auch die fiesen typen alter ha haaaaii zweite statu alter du hast das zirn doch zerstört zur feier des tages hat dein stamm ein zweites totemteil geschnitzt deine kriegsbeute sind neue werkzeuge und outfits die so nimmst ok ja crazy kühe lass sie von hause gehen holen im blech essen mit holen im blech essen mit angriff ansicht oh fuck geht nach hause geht nach hause und snackt erst mal und die anderen hier richtet euch rüstet erst mal aus mit ähm dings ne mit waffen kaum waffen und kaum 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 ich glaube ein stamm ist er auch aber ich muss aber ich muss aber ich muss aber den ich werde verteidigen schon sehr gut der streich extra so fast na sehr gut okay mach ich alle fertig oh die haben einen kill von mir noch eine frechheit oha ich will keinen killen bitte danke ne die hassen mich also alle stämme ja naja wassorts so jetzt bitte wieder äh ne achso ja repariere das mal genau der rest vor unserem dorf plötzlich heile ne jo dann holt euch mal angelspehre jep alle angelspehre bitte komm komm alle angelspehre yes yes und angeln bitte soll das was essen hier ist mir essen gleich verdient ja komm esse was kostet ein bisschen was aber was soll es ne ne haben wir noch ja mehr als genug essen dann muss ich das essen mit dir das ist genau so du kannst auch noch einen haken nehmen hier alle alle gegessen sehr schön dann agelt mal hier ein bisschen die grünen die grünen hassen es also auch na was solls nicht so schlimm also können sie wahrscheinlich nicht beeindrucken fast ich auch nicht haben die auch nicht angegriffen die einfach nur weil wir Nachbarn angegriffen haben oder was hm na was solls ich will jetzt mal den Stammes abdenken ich will mal kurz einmal hier Feuerbomben ähm was hält hier irgendwas ich hab noch nicht ganz verstanden wie das funktioniert ne ja ach das ist eine Falle ach so ach so okay das ist eine Falle gewesen da ist jetzt eine Falle ich verstehe ich verstehe boah da haben 2 und 6 gesessen das lappt hier richtig gut was ist denn das was macht ihr denn hier Essen sammeln sie nicht von alleine, ne? Ah, ein neues Gebäude. Rufspüre, Rufspüre können aus, äh, schauen wir mal her damit, Alter, mit Rufspüren. Ich glaube, wir brauchen eher diesen Kriegsweg hier, ne? Irgendwas da unten, irgendwie jetzt krass schmücken, mit irgendwelchen Kampfskill, zwei. Sammeln, Sozial, Sammeln, na, wir brauchen nix Soziales mehr, wir brauchen eigentlich nur noch Damage, ja? Kampf 3, ja, Kampf 3 haben wir schon. Sozial, Gesundheit, Kampf 3, Gesundheit 4, leider nicht das Richtige. Äh, okay. Uh, nö. Leider nicht. Aber nicht so schlimm. Gott, die sammeln ja fleißig hier Essen. Kleinen Racker hier. Guckt's euch an, ey. Fuck. Du sollst angeln, hab ich gesagt, Alter, macht ihr denn schon wieder hier, ey? Okay. Oh, es ist keine Fische da, ne? Ah. Oh, man kann Gebiete leer fischen? Das ist interessant. Oha. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wenn das Gebiet leer gefischt ist. Aber wir haben wohl leider jetzt, ähm, unsere guten Freunde, ähm. Und Eier, Alter? Alter, what the fuck? What the fuck? Wie viel Essen ist da drinne, Alter? Sieben. Gib das mal alles ab. Jetzt. Abgeben, komm. Uiuiui. Wie viel Essen, Alter? Jetzt bin ich ehrlich, ich wusste, wo sie das Essen abgeben sollen, Alter. Oh, komm. Nicht trödeln, mehr Essen holen, Alter. 300 Essen, Alter. Wir brauchen mehr Essen, wir brauchen mehr Essen, ja? Ist es ein Bug oder ist es normal, dass es jetzt nicht weniger wird hier, Alter? Da versteht was falsch, hier. Ah, ne, doch nicht. Alles gut. Das wird davor auch nie gemacht, das ist aber das Problem, denkt man auch, ne? So, gib die Scheiße ab. Gib's ab. Und dann gibt's hier Waffen. Wurfspeere, 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 oder Wurfspeere, könnte er wissen hier. Komm, Wurfspeere rein hier, komm. Komm, alle Wurfspeere nehmen. Alle. Alle Wurfspeere sollen sie nehmen hier, hallo. Was sollst du jetzt hier Wurfspeere nehmen? Danke. In der Sicht darf man stammen. Oh fuck, Alter. Das, ja. Oha, morgen, würd ich sagen. Einfach Break, ja? Äh, genau, wir haben's. Oha. 2017 schon, ja? Boys and Girls. Vielleicht erst mal vorher, da haben wir's einfach geschafft, würd ich sagen, ja? Wir machen... Morgen weiter um 15 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich ganz pünktig bin. Nein, ich bin unterwegs morgen noch. Ich versuche natürlich pünktig zu sein, aber ich denke mir, es wird wahrscheinlich erst 16 oder so in die Richtung. Aber... Alles gut, alles gut. Wie wir trotzdem morgen streamen und... Ähm, ein bisschen hier durch können sie. Ich muss sagen, der Modus hier wird's am besten, ja? Irgendwie hab ich's richtig am geil, weil bei dem anderen, im zweiten Modus so... Boah, ich hab mir für nie genug, äh... Von diesem Punkt gehabt und irgendwas geiles zu können. Boah, ich hab mir das ganze Tanzen und sowas hab ich immer hart verkackt, ja? Also, yeah. Ne? Aber nicht so schlimm. Wir... Haben ja die Modus geschafft, oder die... Die Evolutionsphase und wir jetzt in der Stammungsphase sind. Die ist echt, Alter, die macht echt Bock, Alter. Die macht echt Bock, Alter. Zwei... Einschauen wir noch. Für zwei. Zwei Schauen wir noch zu klären, ja? Die aber beide töten, weil die beide Piste vor sind und da haben wir keine Chance mehr irgendwie was zu reißen. Und wenn sie komplett Piste auf uns sind, dann ist es vorbei halt, ne? Aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir haben Waffen. Wir haben Waffen. Ich find's zwar Geschenke und so und Stämme, aber... Ne? Wenn sie nicht wollen, ähm... Ja. Ich hab den Weg probiert, aber... Vorher eine Piste, weil... Ich hab sie halt angegriffen, weil sie uns essen klauen. Ich lass sie ja nicht uns essen klauen, oder? Hallo? Wenn ihr halt nicht selber essen sammeln könnt... Pech, würd ich mal sagen, ne? Aber in dem Sinne, was ich gehört, sie hat... Abwurschenabend. Wir sehen uns morgen wieder. Um... Abwurschenabend. Obwohl, was ist, ich hab am 16... Was, I don't know. Das will mich echt überraschen, ne? Ähm... Ein Sonst noch was zu sagen? Bleib fit! Und, äh... Schlafen noch! Trink noch etwas Wasser, ich hab irgendwie Kopfschmerzen, ich weiß auch nicht. I don't know. Schlafen gehen zumindest. Abwurschenabend. Ich hab lange genug gemacht. Ich hab meine Idee scheiße eingebaut und so, ne? So viel geht's aus. Bis morgen! Tschüssi!